Ich lasse den mal hier stehen. Dann ins Tor zurück. Und dann schmeiße ich meine... ...meine zwei Dinger hier in den Ofen. Bei Kobalt habe ich eigentlich genug, mir fehlt halt wirklich nur Ardite. So. Können wir vielleicht jetzt das fertig machen. So. Wieder hoch. Dann noch die Photovoltaik-Zelle. Dafür brauche ich die, jawohl. So, genau. Da habe ich zwei. Ja, die ist so ätzend. Okay. Dann gehe ich hoch und packe die noch zusätzlich zu meinem... ...dahinter muss ich... ...zusätzlich auf meinen Angler. Ja, dann läuft der auch, glaube ich, schneller. Bei der Angler ist er nämlich nicht schlecht, weil der nämlich auch Enchanted Bucks und so... ...raus... ...raut. Hoppala. Mir ist immer noch so langsam. Achso, ja gut. Das kann auch daran liegen, dass der nicht im Junk liegt. Ich weiß nicht, ob der denn den Junk loidet. Wobei er ist ein bisschen schneller, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob er den Junk loidet. Aber ich könnte ihn mal... ...verbei? Nee. Lass mal. Also, jetzt hätte ich jetzt den Junk-Loader von da unten genommen. ...und den hoch gesetzt. Brauche ich für meine Schaufel? Ja. Okay. Brauche ich eigentlich nur statt dem... ...besser. Ach, das ist immer noch nicht... Oh. Okay. Das wird wohl eine längere Angelegenheit, bis wir das haben. Aber gut. Dafür haben wir hier... Achso, der braucht viel Energie. ...und den Silikon haben wir auch durch. Den Litter auch. Der kommt nicht mehr hinterher. So. Den Litter packe ich mal dahinter. Inksack, glaube ich, haben wir in so einem... ...in so einer Grusch-Kiste da. Genau. Hier. ...Jetik-Aloider. Ich muss die Compact-Drawer noch machen. Das könnte ich eigentlich jetzt machen. Also, noch ein paar Compact-Drawer. Silikon habe ich noch nirgendwo, ne? Nee, die waren bei mir im... Genau. Oh, ich habe da noch Asian-Rise. Egal. Was brauche ich denn für Compact-Drawer? Compacting... Oh, Pistons. Brauche ich Cobblestone... ...Iron und Holz. Iron. Weiß nicht, ob ich auch einen normalen Stone brauche. Aber ich glaube, ich nehme nicht den schönen Marble Cobblestone. Dem habe ich nicht so viel. Nehme ich Soapstone. Ähm. Was brauche ich noch? Pistons. Redstone. So. Und Planks noch. Da habe ich genügt. So. Mache ich mir wieder 5 Milliarden Pistons. Weil dabei von denen kann man nämlich nicht genug haben. Ähm. Genau. So, dann war ich natürlich die noch. Okay. Okay. Da gehen die normalen Einer-Drawer auch. Das sind Trims. Ich weiß nicht, ob die gehen. Ach so, scheiße. Ich habe keinen normalen Stein. So. Ah, geht's. Siehste? Jawohl. Aber dann kann ich da nämlich wieder ein bisschen was austauschen. Das ist natürlich jetzt blöd, weil es hier überall, äh, Thumbcraft ist. Scheiße. Ähm. In meinem Rohstoff-Rucksack ist da, glaube ich, nichts drin. Ich kann mich doch mal kurz das alles reinschmeißen. Weil dann packe ich nämlich Thumbcraft da hinten rein, weil das bleibt nämlich nur temporär hier. Ähm. Okay. Okay, dafür habe ich keinen Platz mehr. Nein, dann packe ich das da hinten rein. Weil da hinten ist nämlich noch nichts. So, ein Bilderring. Auch ein Bilderring. Auch ein Bilderring. Da habe ich noch einen Ring. Da kommen so Essenzen. Hoppala. Okay. So, so eine Essenz. So, jetzt kommen die. Die Scherben, fuck ich. Ach, ich muss es hier eigentlich gar nicht sortieren, wenn es sowieso wieder wegkommt. So, und das Thermonomikum kommt einfach hier rein. Ach so, die Coins. Äh, die Gold-Coins. Doch, stimmt schon. Kann man hier hin. So. Hoppala. Ja gut, das gehört eigentlich nicht dazu. Egal. So. Die Tor. Die grüne Scherbe, die lederne Scherbe, die grüne Scherbe. Die gelbe Scherbe ist voll. Genau. Und das, das, das und das. Das, das immer verschluckt wird. Und das Draconium. Ach, das Draconium ist eigentlich auch nicht in der, äh, Downcraft. Das ist logischerweise Draconium. Äh, so. Oh, ich habe es sogar auch im Elektrik-Steel. Ähm, Quatsch. So. Das Purve-Rise-Crober war, glaube ich, hier auch drin. Die bauche ich auch noch. So. Jetzt kann ich hier einmal. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Vier habe ich noch. Kann ich hier eigentlich die Wand zumachen. Ich habe hier einen Nickel. Große. Kobalt. Das kommt hier hin. Okay. Ähm. Dann meine Enderperlen. Bleiben einfach hier drüben. Da drüben. Elektrum. Also hier hätte ich gerne Aldite drin. Futsch jetzt einfach hier. Ich habe immer noch nicht genügend. Habe ich jetzt Elektrik-Steel irgendwo reingepackt? Nee. Ähm. Ich brauche noch mal Pistons, ne? Hoppala. Pistons. Das waren die Planks, Cobblestone, Iron und Redstone. Ich nehme nochmal Redstone mit. Iron mit. Dann. Jetzt haben wir Planks. Jetzt haben wir Cobblestone. Dann müsste ich eigentlich... Jawohl. Jawohl. So. Ähm. Okay, nein. Geht nicht. Was fehlt mir? Was fehlt mir denn? Ich habe... Ach, Storm. Okay. Dann packe ich den weg. Geht das auch mit... Das wird mit Limestone nicht gehen, denke ich mir mal, oder? Nein, das muss Stone sein. Ach so. Da muss ich mal nicht den Marble Cobblestone. Substone, Substone. Substone, Substone. Blüß. So, dann haue ich mir den hier... in den Ofen. Und warte. Verweiser ist leer. Der geht noch durch. Da geht auch noch... Nichts mehr durch, weil ich kein Silikon mehr habe. Habe ich hier oben noch Silikon, weil dann nehme ich das einfach her. Ja, 940. So. Der läuft auch weiter. Gut, das dauert jetzt ein Stück. Habe ich nicht eigentlich in meinem... Genau, noch einen Ofen hier. Habe ich da noch mal... Oh, da. Falscher Knopf. Petroleum rein. Und meine Steine. Mit Petroleum geht es nämlich schneller, als wir mit Kohle. Da ist mir auch schon aufgefallen. Habe ich doch mal einen. Da müsste ich eigentlich auch mal weitermachen. Hier mit der Höhle zum Ausbauen. Oh, ich bin momentan so ausbaufaul. Weil das mit der Technik macht schon echt verdammt viel Spaß. Muss ich sagen. Auch wenn es halt alles dauert, weil ich jetzt momentan einfach gar keinen Platz dazu habe. Ich habe viel zu früh damit angefangen. Aber... Ich beruhige nichts. Auch wenn es zu früh war. So. Wie hat einfach der Platz hier mir ausgeht? Krass. Ähm. Okay, Iron Cut. Da wollte ich Ding hin tun. Jo. Grafit noch rein. Alter, der schaut ja in Balkenform mega geil aus. Habe ich da drüben noch was drin? Nein. Okay. Ja, aber dann tausche ich das jetzt langsam alles hier aus mit... Das ist schade, dass man die nicht upgraden kann. Weil, wie gesagt, wir... Ich habe keine Kohle mehr, die da reinpasst. Brauche ich nochmal einen. Den könnte ich eigentlich in die Mitte setzen. Ich mache eh keinen Controller rein. So. So. So, haben wir nochmal drei Huppala. Wo gehe ich denn hin? Zack. Ja, dann baue ich da nämlich die ganze Kohle rein. Da wieder 2x64. Und da habe ich schon 16x64 Blöcke Kohle. Nicht einzelne Kohle, sondern Blöcke Kohle. Der... Spawn-Me muss ja nicht auch woanders hin. Der Sulphöckerer nicht auch woanders hin. Quatsch. So. Das gehört nämlich eigentlich darüber mit. Manchmal lässt sich das nicht reintun. So. Das war jetzt, glaube ich, wieder Quatsch, was ich gemacht habe. Aber eigentlich gehört da ein Upgrade drauf. Ich könnte eigentlich nochmal ein Upgrade machen. Ein bisschen was habe ich hier noch. Upgrade. Stickys brauche ich noch. Das sind, glaube ich, in meinem Handwerkszeug drin. Genau. Da mache ich hier mein Upgrade. Vier Stück. Jetzt schaue ich mal, ob ich das da drauf plätschen kann. Ja. Lol. Okay. Ähm. Ja, dann kommt hier nämlich noch eins drauf. Und hier eins drauf. Und hier eins drauf. Keine Ahnung, das kann ich aber wieder runter tun. Ähm. Genau, das wollte ich tun. So. Und da kann ich nämlich auch das hier. Das fliegt da jetzt. Kehr doch die Gegend. Und da kann ich auch noch eins drauf tun. Hoppala. Jetzt passen hier nämlich 80, äh, 64er Blöcke drauf. Und nicht mehr. Ach, da ist doch, siehste. Ich habe 10.400 Kohle. Leck ich mich am Arsch. Okay. Kann man mal machen, ne? So. Kann ich auch wieder ein bisschen was. Achso, jetzt habe ich meine Drawer wieder weg. So. Acht Stück. Zieh eine an. Halt die. Das kann eigentlich wieder rein. Obsidian habe ich keinen mehr jetzt, ne? Ne. Okay. Da habe ich auch noch Kohle. Stimmt schon. Zack. Das Sulpho kommt eh weg. Aber dann transportiere ich das am besten auch gleich weg. Das Sulpho kommt nämlich jetzt auch da drüben rein. So, hier Sulpho. Was ist das? So, Peter. Wobei, das sind alle das, ne? Hm. Wurscht. Ich habe jetzt sowieso keine Ordnung drin. Ich sage jetzt nichts, das wird jetzt auch langsam eng hier. 23. 23. 10 passt noch rein. 10 Stacks. Oder muss ich den... Ähm. Wann habe ich den Glowstone Dust hier drin? Ach. Ne. Wann habe ich denn der Glowstone Dust? Jetzt habe ich das für Salpeter gehalten? Bin ich doof. Ja.